yo was geht ab leute ich bin euer phantom ich zeige euch hier in diesem video eine neue variante des solo unlimited money klitsch ich wünsche euch viel spaß let's go alles was ihr für diesen klitsch braucht ist ein bunker in dem bunker muss ein mos stehen in dem mos sollte ein fahrzeug drin stehen was sie zum duplizieren benutzt ich mache das ganze hier mit dem sie denn der bringt 1,8 millionen wenn er voll aufgerüstet ist ansonsten empfehle ich euch den elegy custom oder den sultan rs ansonsten machen die fahrzeuge oder andere fahrzeuge keinen sinn also ihr braucht keine legendary fahrzeuge benutzen oder von satan andreas denn die sind wenn ihr sie dupliziert nichts wert es müssen bennys fahrzeuge sein die drei von mir genannten sind die wertvollsten ihr könnt auch andere bennys fahrzeuge benutzen die sind dann allerdings nicht so viel wert aber immer noch mehr wert als die legendary fahrzeuge dann braucht ihr einmal unter interaktions menü unter markierungen ausblenden die jobs alle auf eigene und anzeigen damit wir auf der karte die ganzen blauen jobs haben denn wir müssen uns teleportieren beziehungsweise wir müssen nicht wir können das ganze auch mit dem CEO buzzard machen aber dazu dann im video mehr wir brauchen dann noch eine basis in der basis brauchen wir nichts wir brauchen sie einfach und in der basis sollten die kostenlosen rh8 stehen die wir überschreiben möchten so viele wie überschreiben möchte oder die luxus aus dem frozen money klitsch damit die ist es 3,8 millionen wert sind statt nur 1,8 millionen dazu aber auch im video mehr jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem video und ja der klitsch startet in eurem bunker wo ihr das fahrzeug was ihr zum duplizieren benutzt aus eurem moc rausholt und dann stellt ihr das einmal hier im bunker ab ihr setzt euch einfach rein und stellt es dann hier einfach auf die plattform oder wie auch immer bei den leuten wo das auto immer despaunt lasst einfach die fahrertür oder die beifahrertür offen oder kratzt einmal hier so an der wand entlang so dass das auto einen leichten schaden hat dann steigt ihr einfach aus geht aus dem bunker raus und dann teleportiert ihr euch zu eurer basis oder ihr benutzt ein straßenfahrzeug das funktioniert auch oder ihr registriert euch als CEO member und bestellt euch den buzzard und fliegt mit dem buzzard rüber ich teleportiere mich jetzt hier einmal dazu geht ihr auf die karte denn das geht einfach am schnellsten dann geht ihr in der nähe von eurer basis auf einen job bestätigt den mit viereck geht dort auch einmal rein und wenn dann der job geladen ist kommt dann das mit dem teleport wenn ihr diese schwarze meldung hier habt dann drückt ihr einfach kreis zum hosten dass ihr hier in eurem eigenen job seid seid ihr in dem job drinnen doppelt psn taste dann geht ihr auf jemanden der in einem anderen zielmodus ist da geht ihr einmal auf jemanden drauf wartet auf die erste schwarze meldung wenn ihr euch nicht sicher seid ob derjenige in einem anderen zielmodus ist dann joint ihr eben einfach noch mal und wenn jetzt diese zielmodus meldung kommt dann könnt ihr hier mit kreis verneinen und schon seid ihr an eurer basis solltet ihr diese zielmodus meldung nicht bekommen dann ist derjenige im selben zielmodus und dann müsst ihr euch jemand anderen raussuchen in der basis angekommen geht ihr nun einmal zu dem kerl an dem schalter wo auch die dame sitzt wo ihr snacks und sowas kaufen könnt ihr geht hier einmal zu dem hier und jetzt seht ihr links oben die meldung mit dem linken oder oben links mit der meldung rechte steuerkreuz drücken um auf die rezeption zuzugreifen ihr drückt jetzt rechte steuerkreuz und drückt dann sofort die optionstaste hinterher so nun geht ihr einmal auf online geht auf criminal enterprise starter pack dann könnt ihr hier auch wieder direkt raus gehen wir müssen auf criminal enterprise starter pack gehen denn ansonsten können wir jetzt hier auf der karte drückt einmal interaktionsmenü dann geht er auf irgendeinen job drauf und wenn ihr nicht auf criminal enterprise starter pack war dann steht hier in diesem schwarzen bildschirm steht der job ist zurzeit nicht verfügbar deshalb müsst ihr vorher auf criminal enterprise starter pack gehen in dieser schwarzen meldung bleibt ihr jetzt einfach vier sekunden dann bestätigt ihr diese und spammt einfach kreis und lauf von dem schalter weg also x und kreis weg laufen ihr seht rechts unten haben wir den ladevorgang jetzt müsst ihr einfach nur noch zu eurem kostenlosen rh8 oder in den im frozen money klitsch gekauften deluxo gehen und die schritte wie vorher machen und zwar steigt ihr hier jetzt einmal ich mache das ganze mit dem deluxo und der deluxo muss aus dem frozen money klitsch gekauft sein denn wenn ihr diesen überschreibt ist der easy 3,8 millionen wert anstatt 1,8 millionen ja wenn ihr keinen deluxo aus dem frozen money klitsch habt dann macht das mit dem kostenlosen rh8 alles klar ihr steigt dann hier einmal ins auto ein die nummernschilder werden übernommen von dem auto was sie überschreibt jetzt joint ihr einfach noch mal der person die in einem anderen zielmodus ist da ihr wisst dass er in einem anderen zielmodus ist könnt ihr jetzt die erste schwarze meldung gleich bestätigen jetzt müsst ihr erstmal die r2 taste also die gas geben taste gedrückt halten jetzt bestätigt ihr diese schwarze meldung mit x die zweite schwarze meldung lehnt ihr mit kreis ab und die dritte schwarze meldung bestätigt ihr einfach wieder mit x und dann steigt ihr aus dem auto aus und nach paar sekunden wirft euch gta einfach vor die basis ohne das fahrzeug solltet ihr mit fahrzeug draußen spawnen habt ihr irgendwas falsch gemacht und müsst den klitsch wiederholen vom bunker aus ja jetzt könnt ihr euch einfach wieder zum bunker teleportieren im bunker wieder angekommen steht hier immer noch euer isi ihr seht jetzt das nummernschild ist 45c wenn ihr einsteigt dann ändert sich das zu dem nummernschild von dem auto was sie überschrieben habt jetzt haben wir hier 68 j jetzt könnt ihr einfach hier nach vorne fahren für die leute die dann probleme haben in den moc rein zu fahren weil dann das auto despawn lauft vorher einmal durch euren moc durch indem ihr aus eurem isi wieder aussteigt lauft einmal von hinten nach vorne durch wenn ihr jetzt wieder hinten aussteigt dann kommt ihr in einen endlosen schwarzen ladebildschirm das wollt ihr nicht deshalb müsst ihr von hinten nach vorne durchlaufen und vorne wieder aussteigen dann setzt ihr euch wieder in euren isi rein ich muss das eigentlich nicht machen denn ich habe nie probleme mit meinem isi in den moc zu fahren aber einige scheinen diese probleme zu haben so dann könnt ihr jetzt einfach rein fahren dann wartet ihr die orange ladeschnecke ab diesen schwarzen bildschirm dass das voll ist bestätigt ihr einfach mit x denn das spiel denkt dass unser original jetzt wieder in dem moc drin steht denn wir sind ja jetzt gerade im duplikat drin sprich das original steht nun in der basis und das hier ist euer duplikat und hiermit könnt ihr jetzt auch weiter klitschen ihr steigt einfach wieder ein fahrt wieder raus stellt das fahrzeug wieder so ab wie ihr es zuvor auch getan habt geht aus dem bunker raus teleportiert euch zu eurer basis und macht diesen ganzen klitsch einfach nochmal das war es mit diesem video wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über einen like freuen wenn ihr mich schon nicht abonniert hat über ein abo teilt das video mit euren freunden ich bin hier mit raus peace out euer phantom